Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Marvel Avengers 4 auf der PC. Ähm, ja. Wir haben jetzt gerade nur rausgefunden, dass der AIM-Doktor eigentlich ein Arsch mit Uhren ist. Komm hoch. So ne. Ja, dann müssen wir jetzt halt runter. Aber ich muss aufpassen. Überall sind noch ein bisschen, äh... Die Katastrophe anordentliche... Oh, okay. Das war's. Machte San Francisco den Leerbogenleiter und beorderte tausende Todesopfer. Und das der Überlebende wurden mit gefährlichen, unnatürlichen Fähigkeiten infiziert. Der Intumenkrankheit. Selbst der Anerkrankung der AIM-Doktor noch auf die Schlaflässigkeit der Avengers nicht leugnet. Hm. Äh... Hallo? Ein Inhuman wurde in der Nähe geortet. Gemäß Inhuman-Protokoll Sektion 3 unter Sektion 8.2 bleiben Sie bitte stehen, während wir sie scannen. Was? Hier ist einer? Tschö, tschö, gut Schatz. Bleib ruhig. Scan abgeschlossen. Keine Inhuman-DNA gefunden. Danke für Ihre Mitarbeit. Wenn Sie uns Ihre Meinung zu Ihrem heutigen Scan beteilen möchten, können Sie auf der AIM-Web-Seite an einer Umfrage teilnehmen. Vielen Dank. Ist das wirklich passiert? Psst. Wie siehst du? Keine Inhuman. Bestimmt nur eine zufällige Inspektion. Hm. Suchen mich oder dich. Suchen mich oder dich. Das ist ja das Problem. Die haben mich gesehen. Nicht gemerkt. So gehe ich zum ersten Mal zum Park. Äh. Vorwärts, oder? Vorwärts oder drückwärts? Wenn Tauten beim Kommandodeck lügt, wer weiß, bei was er sonst noch alles lügt. Ja. Und Rutschpartie! Oh. Was habe ich mir bloß getan? Nichts Gescheites. Das brennt doch in der Finger wie Sau. Nicht elegant, aber geschafft. Okay. Jetzt zur Cap-Statue. Aber wir wollen bis zum... Lange nicht gesehen. Als Kind haben mich meine Eltern oft hierher mitgenommen. Ja, denke ich mir schon. Das ist eigentlich auch ein schöner Park. Wenn ich komme. Ja, der ist nicht alle bis zum Wunder. Ich denke, wo... Weißt du, die ganze Zeit als Strahlender Held. Wenn du was Gutes tust, bist du immer so ganz oberauf. Aber wie es läuft nur irgendwas schief. Irgendwas geht kaputt oder irgendwas wird zerstört. Dann bist du gleich der Bum an der Nation. Ehm reißt hier alles für seine neue Klinik ab. Was für eine Verschwendung. Ich denke, dass der auch hier geht und mit den Leuten experimentiert dann. Was? Jeder ist ein Kritiker. Schrägstrich Vandale. Naja, aber es ist da gesagt. Oh, was kann ich nicht machen denn? Das ist so großartig. Dreck. Viel Dreck. Und Mack. Und was? Und was? Alles in Humans. Alle vermisst. Deshalb macht Abo sich solche Sorgen. Das ist so großartig, ne? Ich kann ja deshalb nur sagen. Wie gut. Aber es wäre ein perfekter Ort, um irgendwas hier zu deponieren, was man dann so klemmen kann. Ja? Oh, das macht nicht. Der erste sogenannte Inhuman. Wow. Schon vier Jahre her. Wow. Hä? Vier Jahre ist das schon? Das ist ein guter Platz, um die Cap-Statue zu beobachten. Kann ich helfen, Großer? Ja. Ja. Ganz gut gebreutelt, den Großen. Oh, ja. Es ist zu lange her. Was haben wir lieber, huh? Tiny Dancer? Hey, hey, hey. Wo willst du hin? Nach Hause. Wirklich? Jetzt schon? Hey, willst du einen Drink? Nein, nein, danke. Was? Erweist du deinen Respekt? Ich nehm nur ne Abkürzung, das ist alles, Leute. Ne Abkürzung. Komm schon, verschwinde da. Klar. Cooles Feuerzeug. Du willst, dass sie zurückkommen, ha? So, dass sie mehr von uns töten können? Was? Nein. Nein? Nein? Nein. Was denn dann, hm? Stehst voll auf den Humans. Kommt schon, Leute. Scheiß Empathisanten. Hört auf! Alles in Ordnung? Ha, der Kerzenjunge hat ne Freundin. Zack, check mal ihre Tasche. Was? Was ist bloß los mit euch Typen? Ich will nur nach Hause, okay, Mann? Mann, was soll denn das? Mein kleiner Bruder war beim A-Day. Er schrieb irgendeinen blöden Scheiß über Captain America. Das war nicht Cap's Schuld. Das ist alles ihre Schuld. Er ist ein lila Freak geworden. Und dann haben sie ihn entführt. Beruhig dich. Zack, es reicht, Mann. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Zack. Was ist tot? Pass auf! Sie ist eine von denen! Halt dich fern von ihr! Wir müssen weg! Alter! Alles okay? Komm, lass uns verschwinden! Fass mich nicht an! Was? Du bist doch Tiny Dancer, oder nicht? Was soll ich damit machen? Wovon redest du? Bitte, lass mich einfach gehen! Hey! Irgendwie in die Falle dann. Ich muss weg! Wenn sie mich kriegen, landet mein Bild auf dieser Wand. Das glaube ich nicht, aber wo kann ich denn? Und dreh dich weg! Und jetzt bin ich vor. Den wollen gehe ich nicht hin. Das war falsch, würde ich behaupten. So, ein bisschen die falsche Richtung. Okay, mit Wegorientierung hat es noch nie gehabt. Doch, mach! Ich muss weg! Wenn sie mich kriegen, landet mein Bild auf dieser Wand. Und, gleich weiter. So. Die hinwollen, gehe ich nicht hin. Ja, dann gehen wir weiter. Dann, gehen wir mal. Und, dann gehen wir mal. Verdammt! Sie sind überall! Ja, sind die überall. So und dich, ja. dann muss ich jetzt europa vorbei oder was wir haben wir vorbei wir einfach haben wir vorbei weiter kann ich noch nach hause wissen sie wer ich bin ganz recht dein freund braucht deine hilfe so kann ich aus vorne sind zu viele wachen Also jetzt doch der Matschi-Weg. Geh zum Park, hat sie gesagt. Triff Tiny Detzer, hat sie gesagt. Blöd, blöd, blöd. Kenn ich irgendwoher. Blöd, blöd. Ach, warum kommst du jetzt hier rüber? Geh doch, geh doch weiter an den Stabon. Da drüben ist doch viel, viel schöner als hier. Geh doch einfach weg. Guckt sie gut aus. Hier. Kommt er wieder zurück. Oh, wenn, oh. Komm, einfach weg. Einfach weg. Komm, guck, guck. Warum kommt er jetzt zu mir? Gut. Da hinten durch, oder was? Ja, wenn die da sind, geh ich so lang. Wird gleich. Jetzt erst dann. Das ist die Goldkarte. Besitzer. Hoffentlich sind die Nichtschwimmer. Bewegung im Karten registriert. Huuuui. Ja, Kanal-Echsen, ich komme. Genau. Ja, oder wenn sie wahrscheinlich auch schon sind, ne? Natürlich. Ich glaube, ich gehe hier lang. Nein! Oh, was cool. Ja, schon haben sie mich. Nein! Also, im Schleich war ich noch nie gut. Ich muss auch nebenbei. Never, never. Oh nein, das ist noch widerlicher. Gut, ich gehe aber diesmal jetzt gleich hier rüber. Ich bekomme gleich Gesellschaft. Oh nein, sie kommen durch. Ich gehe hier so lang. Einschleicht. Und komm, gleich noch runterrutsch und dann... Ey, das ist dieser... Klein links weg. Okay, die kommen von da, dann gehen wir hier lang. Gehen wir jetzt hier hoch. Hoch, hoch. Eigentlich wollte ich heute keine Müllcontainer rumschieben. Ja, aber vielleicht hier hinten dran ein Loch, wo ich dich kann. Ach, Aime lässt auch Menschen nach mir suchen, die teleportieren können? Na, klasse. Das ist eine Baustelle. Uh, das war knapp. Ja. Okay, bin ich jetzt los, oder? So könnte ich hoch, aber ich will jetzt da hinten noch gucken. Ah, siehste mal an. Wo Glück habe war ich hier. Haben wir noch was gefunden. Gut, jetzt können wir hoch gedenken. Ah, Leerkasse. Kommt. Alles frei. Ich glaub da zwar nicht so dran, dass da alles frei ist, aber... Hab ich's doch gewusst. Ich hab's gewusst. Das könnte unser Maulwurf sein. Sie ist trotzdem ein Risiko. Oh, schön, du bist wach. Es tut mir wirklich leid. Diese Synthoids folgen nur ihren Sicherheitsprotokollen. Der Diebstahl privater Information ist ein ernstes Vergehen. Monika, geben Sie einen Moment. Hey, was geht hier vor? Hey. Wohin bringt ihr mich? Dorthin, wo es sicher für dich ist. Entschuldige. Ich weiß, ich kann mit meinem holographischen Ich nicht mehr mithalten. Aber es ist ein nützlicher Trick für die Aktionäre. Dack der Tatum? In der Tat... Wieso hackst du dich in unsere Server? Ich hab nichts gestohlen. Hast du etwas gesucht? Das Heilmittel vielleicht? Kamala. AIM hat nur vor uns alle von der Willkür der Reichen und Mächtigen zu befreien. In den Händen Einzelner ist unbegrenzte Macht gefährlich. Sie ist tödlich. A-Day ist ein Beispiel dafür. Du hast Glück, dass du noch lebst. Aber mit Technologie können wir ihre Fehler beheben. Wir können dir dein normales Leben zurückgeben. Hören Sie, ich habe das Passwort nur erraten, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Sie ist gewalttätig. Ihre Infektion verschlimmert sich wohl. Was? Ich wollte doch niemanden verletzen. Natürlich nicht. Aber was passiert, wenn du wieder die Kontrolle verlierst? Was passiert, wenn du jemanden verletzt, den du liebst? Sogar die Avengers mussten für ihre Hybris büßen. Ähm, waren sie da? Ich meine, als Cap starb. Waren sie da? Ich hatte Glück. Monika fand mich auf der Kommandobrücke. Ihre regenerative Formel war meine Rettung. Komm schon, Kamala. Tun wir es einfach. Ja? Lass dir von AIM helfen. Danke, ich verzichte. Verdammt, George! Schnappt euch das Mädchen, los! Tal, Kamala, du hattest gerade dein Outing als Inhuman. Du blöde. Was hast du denn gedacht, ha? Der Resistance beitreten? Eine Heldin werden? Ich kann nicht mehr nach Hause. Definitiv nicht. Aber die würde ich in Gefahr bringen. Ich hab's richtig verbockt. Jutta. Die alte Shield-Basis. Die Resistance weiß, was zu tun ist. Oh, shit! Ergeben Sie sich. Dann bescheiden Ihnen nichts. Ja, ja. Ich muss genau das G-Teil machen. Ich werde jetzt erst mal laufen. Ich gehe im Schmied. Es gibt kein Versteck. Ich muss aus der Stadt raus. Ich bin jetzt in die Hand gerendet, oder was? Ach, Menno! Warum kämpft die nicht? Die ist nur am Rennen, die... Ah! So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Haut rein, genießt den Tag. Und wenn ihr es so nett gemacht habt, abonnieren, Glocke drücken und eine Bewertung. Schreiben, das hilft mir ungemein weiter und tschu!